so das war echt guter schlag hallo zentrales dann machen wir einmal schade wir haben halt schon ab hier dinge zu loren oder noch mal neustart noch mal neu probieren ich glaube ich lade noch mal also wir kommen auf jeden fall easy durch wir haben halt bloß gerade sehr sehr viel im vorfeld verloren du fließt einmal darauf ein angriff denn darauf ein angriff die beiden gehen da denn hin kommt schon kommt schon kommt schon mit dem bomber will ich auf jeden fall denn da einmal den einen abwerfen so als nächstes geht es denn dahin doch haut hin so aber keine sorge die haben da auf jeden fall ein bisschen der kreis darüber ist nicht so schlimm so du gehst dahin wie sagt das jetzt an sich kein problem wir sammeln bisschen geld wir holen uns wir haben noch relativ viel ich weiß nicht warum gerade die musikloh weg ist das sind unsere beiden er kreist hier erstmal das ist okay dass wir dann da durch kommen so viel haben sie halt nicht so fern oben die energie weg ist haben wir ein riesig haben wir komplett entspanntes game dazu brauchen wir halt nur mir als panze die sind halt schon arg stark sofern das ding weg ist können wir einmal hier rüber fliegen so zack du kannst wieder zurück kommen die fliegen hoch so genau die beiden jetzt gerade gegen die das auch sehr okay dementsprechend können die wieder zurück der kommt drunter das ist unwichtig er fährt da lang der hat auf jeden fall glaube ich noch ein bisschen was zu fahren so das ist unser großer bomber problem ist halt der hier obwohl wenn wir den bomber da oben drüber wenn wir den hier oben lang schleusen sollte es an sich okay funktionieren hoffe ich zumindest dann fliegen wir oben hin lassen das einmal da den einmal da oben raus dann sollte es an sich echt gut funktionieren derzeit bauen wir halt echt schön die miragepanzer weiter das sieht sehr sehr gut aus so zack gehst du da hin du kannst das ding dann schon mal übernehmen gesagt wenn wir das halt haben ist das kein problem so zack kommst du hier wieder zurück ihr nervt mich ein bisschen miragepanzer ja ist okay das kostet den nämlich gut uns kostet es halt auch gut geld davon abgesehen er läuft dahin haben wir hier irgendwie großartig die probleme nein haben wir nicht jetzt müssen wir den einfach noch mal ablotsen wenn der nämlich drüben ist denn es ist egal den kann ich dann einfach ja kreisen lassen zurückholen das ist mir dann sowas von relativ egal weil sofern halt die beiden sachen da ausgeschaltet sind weg noch was speichern in die energieversorgung reinfahren und die dann platt machen weil die ganzen türbe dann einfach weg sind dann sollte es an sich passen hoffe ich zumindest weiß es nicht so du kommst zurück ist da rein dann können wir hier nämlich noch speichern dann haben wir dann nämlich schon mal das problem schon mal nicht mehr hier geht da hin dann können wir nämlich mit dem ganzen miragepanzern die ich da habe nach vorne gehen wie gesagt ich weiß nicht warum jetzt keine musik ist schade für mich aber doch jetzt ja oder auch nicht kann ich musik irgendwie einschalten audio und dann haben dann haben dann haben dann und kies blablabla gerade gerade schade naja lange die uns nicht auch gut wir haben an sich eine gute verteidigung davon abgesehen so er lebt noch wir gehen sofort auf die gehen wir da drauf ja wie man sieht halt so das ding ist schrott ein bisschen gewohnt und verlust haben wir immer wenn es halt nicht gewollt wird dass das so funktioniert dann funktioniert es halt nicht so zack oben ist noch ein bisschen was das ist dezent nervig da kümmern sich nachher meine anderen Panzer drum ja meine Panzer sag ich schon meine Flugzeuge den weg den weg den weg gleich da commander nur noch etwas mehr zeit ja ja ich habe mich freiwillig gemeldet den weg den weg die haben ich hoffe zumindest dass es so passt mir auspanzer weg damit wir da kommt mal ein bisschen rüber aber normalerweise müssten doch eigentlich so langsam dass so viel kram wie die gebaut haben eigentlich nichts mehr haben also energietechnisch präsident ist gleich da wir müssen ihn aufhalten ja so so genau und jetzt ist es nämlich aus jetzt können wir da nämlich durchfahren und machen den typen halt komplett platt wie man sieht es ist alles aus und jetzt können wir da hinfahren Fallschirmunterstützung ja gut zack 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 jetzt fahren wir nämlich hier durch machen das Ding Schrott und dann ist der gute Mensch nämlich nicht mehr so so schön am Start so die Miragepanzi sind schon echt geil so einer hat sich sogar von da durchgewieselt ich speichere nochmal nicht dass was weiß ich hier gleich noch was passiert Adler Allianz jawohl jawohl weiter spielen so das ist mir relativ egal so ich kann auch mal alles weg okay ja gut das ist jetzt dezent wo ist er jetzt ach da Angriff sofort einstellen das ist ein Befehl ähm so dann machen wir halt so die Bombardierung sollte eigentlich funktionieren ist egal ob per Luft oder nicht so siegreich sehr schön erst den Anfang verkackt dann musste ich ich musste halt wirklich neu starten aber gut passt ah Commander das war so richtig knapp ich versichere Ihnen wir haben das Richtige getan Ackerman brachte die ganze Welt in Gefahr mit dieser verrückten Aktion und das während wir im Krieg sind mit dem Reich der aufgehenden Sonne Sir ich habe es eben aus sicherer Quelle erfahren das oberste Shogunat hat morgen in Tokio ein Meeting das bedeutet alle Generäle des Reichs sind gleichzeitig an einem Ort ja Sir wir können sie mit einem Schlag erledigen brilliant wir müssen unverzüglich handeln ich kontaktiere die Sowjets und informiere sie eingehend Commander jetzt kommt es drauf an zeigen wir diesem Reich der aufgehenden Sonne dass ihre ach so göttliche Bestimmung nur ihrer kranken Fantasie entspringt ich bin sehr froh wir haben sie unversehrt wieder Commander exzellente Arbeit am Mount Rushmore kann es jetzt losgehen Sie können später den Commander anmachen Lieutenant denn jetzt gibt es erstmal Arbeit ich habe doch gar nichts getan Sir ich wollte nur ein bisschen freundlich sein okay der Briefing hören wir uns noch an so eine gute Gelegenheit kommt nicht zweimal solange sich Prinz Tatsu und das gesamte kaiserliche Shogunat an einem Ort aufhalten können wir ihre gesamte Kommandostruktur zerschlagen dummerweise ist der Hafen von Tokio der Standort ihrer größten Streitmacht also bedarf es wieder der Kooperation mit den Sowjets General Krukhoffs Truppen sind unterwegs aber sie müssen die Stellung halten bis zu ihrer Ankunft die Zeit ist reif für unseren gemeinsamen Angriff auf die militärische Infrastruktur im Hafen von Tokio die sowjetischen Truppen wurden unterwegs abgefangen sie sind also bis zum Eintreffen der sowjetischen Verstärkung auf sich gestellt ihre Befehle lauten wie folgt versenken sie die Schlachtschiffe die die sowjetischen Schiffe binden viel Glück wir haben nur einen Versuch und es wird nicht einfach sein aber mit Hilfe der Sowjets müssten wir es schaffen das Reich der aufgehenden Sonne zu besiegen die Sowjets sind unterwegs aber sie müssen die Stellung halten bis zu ihrer Ankunft so, da haben wir die Chronosphäre also ja das ist immer verwirrend da haben wir jetzt noch mal irgendwie was los, jetzt machen wir Ihnen die Hölle heißt Commander ich bin bei Ihnen und ich will diesen Krieg gewinnen gut feindliche Einheiten entdeckt okay feindliche Einheiten entdeckt ich speichere jetzt hier ähm und zwar Adler Allianz ich mache jetzt oder ich muss jetzt hier schon die Pause einlegen ich denke ich hatte ja hier ein paar äh Sachen die ich noch schneiden möchte beziehungsweise bevor ich es vergesse jetzt mit dem Rausschneiden ist so wo dran tue ich das jetzt alles schnipseln und dann muss ich auch schon los deswegen jetzt eine Mission oder beziehungsweise anderthalb Mission eigentlich fertig ich weiß es nur Stückchen für Stückchen aber morgen ja ich denke mal morgen beziehungsweise Mittwoch habe ich da ein bisschen mehr Zeit dass ich da vielleicht ein bisschen mehr durchziehen kann aber ja werden wir sehen aber man muss doch sagen die Allianz macht Ultralaun ist ein bisschen schwerer finde ich äh weil aber auch ein bisschen kürzer von der Mission her weil man dann doch ähm ja halt die Lufthoheit an sich nicht hat man muss halt alles mit Panzer machen aber durch den Miragepanzer sind wir auch sehr sehr stark jetzt geworden dementsprechend ähm ja sehen wir uns gleich wieder nach einer kurzen Pause also bis gleich